Musik Wenn man über Nacht kam, dann waren da Feuer. Das Ruhrgebiet brannte. Wenn man morgens über die Straßen ging, da war das dieser rostliche, rotbraune Staub, der lag dann überall. Musik Man konnte schwer atmen, man konnte nicht richtig durchatmen, aber das konnte man eigentlich nie hier im Ruhrgebiet. Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Da kann man schon stolz sein, wenn man dazu beigetragen hat, dass sich das alles geändert hat. Die ganze Wäsche ist schon wieder schwarz. Haben Sie Ärger mit Ihrer Wäsche, Frau Hennes? Ja, doch. Warum müssen die Häuser auch so nah an der Kohle stehen? Jede Hausfrau hätte das doch vernünftiger gebraucht. Der Dreck auf der Wäsche ist hier im Ruhrgebiet schon immer ein Grund zur Klage. Durch die Kuckerei, durch die Zeche, durch das Hüttenwerk flogen ja immer irgendwelche Schmutzpartikel durch die Luft und die setzten sich dann auf der Wäsche fest. Aber ich habe damals gedacht, das müsste so sein. Das sei normal. Die Kinder im Ruhrgebiet lassen sich von dem Dreck nicht beeindrucken. Nur die Mütter kämpfen mit dem Waschlappen dagegen an. Früher ging es ja immer bei Kindern um die schmutzigen Hälse. Und auf der Haut, also wenn man kurzärmlich gekleidet war, da war ein richtiger Film. Also das war richtig so griselig. Also man konnte da so rubbeln und dann kam da so ein Dreck. Also das war ganz schlimm. Doch nach dem Krieg ist man froh, dass es bergauf geht. Kohlen- und Stahlproduktion ständig im Steigen. Immer wieder meldet das Ruhrgebiet neue Verbesserungen der Leistung. Mit 328.000 Tonnen Tagesdurchschnitt hat die Kohlenförderung den bisher höchsten Stand der Nachkriegszeit erreicht. Was soll man da groß sagen? Wir waren froh, dass der Schornstein wieder rauchte. Deswegen haben wir auch diese Luftverschmutzung, die haben wir als gegeben angesehen. Wir haben immer gesagt, wo hobeln, wird fallen Späne. Und wo der Schornstein qualmt, da wird Geld verdient. Die Kehrseite der Medaille. Aus den Schornsteinen kommen Staub, Ruß und schweflige Gase. Wenn sie irgendwas im Mund gekriegt haben und die haben dann die Zunge drüber gegangen, das war irgendwie so wie Schwefel. Das stank auch wie Schwefel. Viele Menschen leiden unter diesem Dreck und einige versuchen sich zu wehren. So wie in Hattingen die Familie Pfleging, die ein kleines Haus, ein großes Stück Land und über 100 Obstbäume ihr eigen nennt. Doch der nächste Industrie-Schornstein ist nicht weit. Ich weiß nur, dass ich immer fürchterliche Kopfschmerzen hatte davon. Und als wir heirateten und zogen dann nach Heiligenhaus, waren die mit dem Schlag weg. Waltraud vermutet, vor Ursache ihrer Kopfschmerzen sind die schwefligen Abgase aus dem Kohlekraftwerk, das unterhalb ihres Hauses an der Ruhr liegt. Viele Anwohner beschweren sich. Auch die Eltern von Waltraud führen 1951 einen Prozess gegen das Kohlekraftwerk, das Gemeinschaftswerk Hattingen. Gutachter kommen zu Besuch. Meine Mutter hatte dann weiße Bettlaken im Hof gelegt, um zu beweisen, wie dreckig das war. Das Gemeinschaftswerk hat meines Erachtens immer nachts auch ziemlich viel Dampf rausgelassen, oder wie man das sagen will. Und morgens ging man dann vorbei und guckte sich die Bettlaken an. Und dann waren sie nicht mehr weiß, sondern waren grau, beziehungsweise an vielen Stellen auch schwarz. Ja, und das war dann natürlich auch der Erfolg, den man dann wollte. Und wenn die Gutachter kamen, konnten sie an der Tatsache auch nie vorbei. Trotz aller Beweise, die Richter weisen die Klage ab. Doch weil Beschwerden und Prozesse sich häufen, baut das Kohlekraftwerk schließlich einen höheren Schornstein. Damit die Abgase wenigstens besser verteilt werden. Gesetzlich gezwungen werden kann es dazu nicht. Denn laut Gewerbeordnung gilt dieser Dreck, das hat Karl immer wieder gehört, als ortsüblich. Das Wort werde ich nie vergessen. Das ist ein juristisches Wort. Und was war jetzt ortsüblich? Ortsüblich heißt, die Anwohner im Industriegebiet müssen die Verschmutzung einfach hinnehmen. Weil sie dort eben ortsüblich sei. Ein Paragraf aus der Kaiserzeit zur Wirtschaftsförderung, der nie geändert wurde. Wir waren ja umzingelt von Industrieanlagen. Und jede einzelne Industrieanlage spuckte irgendeinen Qualm aus. Mal rot, mal grau, mal grün, mal schwarz. Das war sehr, sehr auffällig. Also nichts wie raus ins Grüne. Und davon gibt es, zum erstaunen der Besucher, viel im Ruhrgebiet. Schon in den 20er Jahren hat man sich hier darum gekümmert, dass einige Wälder erhalten bleiben und wie grüne Streifen das Industriegebiet durchziehen. Aus Sorge um die Gesundheit der Menschen. Denn die sollen nicht nur schwer arbeiten, sondern sich auch erholen. Das kann man hier. Baden und Sonnenbaden. Ich wollte gerne braun werden. Und da habe ich mir einen Liegestuhl rausgesetzt. So einen alten, so einen Holzliegestuhl. Und habe mich da reingelegt. Und habe gedacht, so jetzt werde ich auch braun. Aber hinterher war ich nur grau. Also dieser Schmier war wirklich auf der Haut und mit braun werden war nichts. Ulrike liebt ihren großen Garten in Duisburg-Meiderich. Doch in den 50er und 60er Jahren fallen im Ruhrgebiet immer mal wieder die Blätter. Über Nacht von den Bäumen. Oder welken. Mitten im Sommer. Es ist ja feucht gewesen. Und trotzdem waren die Blätter alle runter. Es fing ja hier auf den Straßen, überall war das ja dasselbe. Also haben wir gesagt, wir haben schon Winter, ob wir uns wo pennt hätten. So ungefähr. Eine Katastrophe. Vor allem für die Kleingärtner und deren Familien, die das Obst und Gemüse brauchen, weil es die Haushaltskasse entlastet. Manche versuchen die Früchte zu retten. In Ohr-Erkenschwick verdirbt auch die Ernte der 26-jährigen Anna. Da war nichts mehr. Man konnte gar nichts mehr gebrauchen. Kein Obst oder Beerensträucher oder Gemüse. Das war alles vernichtet. Die haben irgendetwas abgelassen da. Ich weiß nicht was, aber die haben da irgendetwas abgelassen. Auf der Zeche in Ohr-Erkenschwick wird im Juli 1954 ein neues Kesslerhaus in Betrieb genommen. Laut den sechs Meter hohen Schornsteinen entweichen hochgiftige Abgase. Schwefeldioxid, unter dem die Menschen in der Umgebung leiden. Harald Winter ist damals 14 Jahre alt. Es ging also um Brechreiz, um Schwindelgefühle. Bei einem trat sogar eine Leberschwellung auf, stellte sich hinterher heraus. Man versuchte dann mit allen möglichen Sofortmaßnahmen, mit Milchgaben und was weiß ich, da also erste Abmilderungen zu schaffen. Nur das war schon eine sehr heftige gesundheitliche Beeinträchtigung. Was soll man tun, wenn der Betrieb, in dem man sein Brot verdient, die Umgebung vergiftet? 130 Familien aus der nahegelegenen Siedlung wenden sich an den Betriebsrat. An Willi Winter, der nicht nur Betriebsrat ist, sondern auch Bürgermeister. Er erstattet Anzeige beim Oberbergamt und schickt diese auch an die Werksleitung, an die Fraktionen des Landtags, an Gewerkschaften und Kreisverwaltungen. Die Politik soll sich endlich mit der Luftverschmutzung beschäftigen. Die Werksleitung ist empört, bestellt Willi Winter zu einer Aussprache in die Zeche. Man fürchte um die Rentabilität der Anlage. Willi Winter sei zu weit gegangen. Er übertreibe. Er solle Ruhe bewahren, denn sonst gäbe es parlamentarische Diskussionen. Mit unangenehmen Folgen. Für die gesamte Industrie. Es gab dann das Angebot, wir erhöhen die Schornsteine, damit das also beseitigt wird, das Problem. Wir entschädigen die Leute, die also Schaden erlitten haben. Und dafür, Betriebsrat, haltet ihr dann in Zukunft still. Aber das wurde also rundheraus abgelehnt von Willi Winter. Er sagte, nein, wir werden das weiterverfolgen, weil das wichtig ist für diese Luftreinhaltungsgeschichte, die dann im Gange waren. Die Luftreinhaltungsgeschichte wird in vielen Städten des Ruhrgebietes diskutiert. Die Presse macht mobil. Ersticken wir im Staub, fragt der Stern und berichtet unter anderem von dem Prozess der Familie Pfleging aus Hattingen. Besonders schlimm ist es in Duisbruck. In der Nähe der Kupferhütte waren die Straßen rot. In einem Garten gab es einen grünen Rasen und Tulpen. Da bin ich hingegangen und habe mir das angeguckt, weil das wirklich ein Wunder war, dass da grün war. Und der Rasen war aus Kunststoff und die Tulpen aus Polyester. In Duisburg bei der Phönix Rheinrohr wird aus Rohreisen Stahl gemacht. 1957 gehen hier neue Konverter in Betrieb, ohne Entstaubungsanlage. Die Luft wird dicker und nachts ist der Himmel rot. Uns Kindern, wenn der Himmel so rot war, wurde gesagt, Christkind backt Plätzchen. Und diese Vorstellung für ein Kind ist natürlich wunderbar, dass das Christkind ewig Plätzchen backt. Was aber, wenn man nicht mehr ans Christkind glaubt? Mit den rotbraunen Rauchfahnen werden auch feinste Eisenteilchen in die Luft geschleudert. Und die setzen sich auf die Bronchien der Kinder. Den Bürgervereinen in Duisburg reicht es jetzt. Sie rufen zu einer Versammlung auf. Die Versammlung selber verlief sehr hitzig. Es wurde heftig diskutiert. Die Bürgerinnen und Bürger forderten Volksaufstände gegen Luftverunreiniger. So entsprechend dramatisch muss die Situation gewesen sein. Natürlich gab es keinen Volksaufstand. Aber es gab etwas fast noch Wichtigeres. Es gab einen Zusammenschluss von agierenden Bürgervereinen in Duisburg, insgesamt zehn, die sich zu einer Interessengemeinschaft gegen Luftverunreinigung sozusagen in Duisburg zusammengeschlossen haben. Das ist etwas ganz Neues. Bürgervereine, die sich bislang um die Verschönerung von Parks und Kirchenportalen bemüht haben, mischen sich in die Politik ein. Sie fordern saubere Luft für die Menschen an der Ruhr. Im Rathaus finden sie die offene Ruhm. Die Stadtverordneten versprechen, sich zu kümmern. Das hing auch ein bisschen mit Demokratie zusammen. Das war ja ein ganz neuer Begriff, ein ganz neues Leben eigentlich. Das hat auch was damit zu tun, dass man nach 1945, nach dem deutschen Faschismus, zehn Jahre später auch erstmal das Gefühl hatte, wir können die Dinge so beim Namen benennen, wie sie sich zutragen. Ja, das glaube ich auch. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist Demokratie einüben und überhaupt erst als Möglichkeit begreifen. Ja, da hat sich der Volkszorn auch Bahn gebrochen, denn gerade die älteren Leute, die gelitten haben unter Steinstaub, das war ja damals noch sehr weit verbreitet, die wollten das nicht mehr länger hinnehmen, dass unsere Umwelt so verseucht wurde. Schwer hat es das Grün an der Ruhr und man kämpft um jeden Strauch, um jeden Baum, um jede Blume. Und wer kein Blumenbrett hat, kauft sich ein paar Blumen, sogar aus Wachs oder Schaumgummi. Warum es das Grün im Ruhrgebiet so schwer hat, will man in Essen ergründen. In der Kohlenstoffbiologischen Forschungsstation. Hier bekommt die 21-jährige Gisela 1956 eine Arbeitsstelle und verliebt sich alsbald in ihren späteren Mann Hans van Hout. Mein Mann und ich, wir wollten die Luft sauberer haben. Wir wollten, dass der Bevölkerung das nicht zugemutet wird. Die beiden wollen beweisen, was Kleingärtner im Ruhrgebiet immer wieder erleben. Dass Pflanzen verkümmern durch Staub und giftige Gase. Sie untersuchen zuerst, wie viel Staub die Pflanzen vertragen, bevor sie eingehen. Wenn man das wüsste, könnte man Grenzwerte festlegen. Also sät Gisela Radieschen, Spinat, Rüben und Getreide aus. Und dann beginnt das Experiment. Wir haben eine Bestäubungsanlage gehabt. Ganz einfach, aber sehr effektiv. Ich habe die Versuchsreihen nebeneinander gestellt. Das konnte man so sehen, was behandelt war und was nicht behandelt war. Ja, das war der Beweis, dass es schädlich ist. Und die Menschen, die hier leben? Werden auch sie krank durch den Staub, die Giftstoffe, die sie jeden Tag einatmen. Auch darüber weiß man Mitte der 50er Jahre noch wenig. Doch viele klagen über Bronchitis und Atemnot. Auch die kleine Anna aus Oberhausen. Ich war sehr viel krank. Ich hatte sehr oft Mittelohrentzündungen, Husten, Schnupfen und war insgesamt auch appetitlos und schwächlich. Wie Anna geht es vielen Kindern in Essen, Duisburg, Oberhausen und Gelsenkirchen. Einige Städte wollen das nicht länger hinnehmen, schließen sich zusammen. Sie lassen Kinder aus dem Ruhrgebiet medizinisch untersuchen und die Luftverschmutzung messen, mit der sie leben müssen. Sie wollen wissen, ob es wirklich diese Luft ist, die die Kinder krank macht. Auch Anna soll untersucht werden. Es herrschte große Aufregung. Ich sollte mit meiner Mutter zu einem besonderen Arzt kommen, nämlich zum Gesundheitsamt. Dort saß für meine Begriffe ein älterer Herr, der sehr freundlich war, der mich untersuchte. Die Untersuchung, daran kann ich mich noch ganz, ganz dunkel erinnern, da wurde in die Ohren hineingeguckt, natürlich in die Augen, in die Nase, in den Hals. Es wurde abgehorcht. Die Ergebnisse der groß angelegten Untersuchung schrecken auf. Presse, Rundfunk und Fernsehen berichten darüber. Schwerpunktuntersuchungen von Kindern in Oberhausen im Vergleich mit Kindern aus weniger staubgefährdeten niederrheinischen Landkreisen ergaben. Die Kinder im Windschatten der Schlote, der Konverter und Hochöfen leiden. Schon Säuglinge zeigten doppelt so viel rachitische Symptome wie ihre Altersgenossen weiter westlich. Es sammelt sich in sehr, sehr kurzer Zeit ein ganz erdrückendes Beweismaterial, dass die Situation erstens sehr, sehr problematisch ist und dass das zweitens direkte Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat. Das ist nicht mehr von der Hand zu weisen und das ist das Verdienst der Städte. So schicken Ende der 50er Jahre Städte und Gemeinden, aber auch die Zechen und Hüttenwerke, viele Kinder ans Meer. Zum Durchatmen. Ich bin dann nach Borkum gekommen für sechs Wochen und das war eine wunderschöne Zeit, wunderschöner Sommer. Und das war eigentlich auch der gesundheitliche Durchbruch. Das hat wirklich geholfen. Doch nicht alle Kinder aus dem Ruhrgebiet kann man ans Meer schicken. Es muss etwas geschehen. Aus verschiedenen Gebieten der Bundesrepublik werden im Labor Luftproben auf ihren Gehalt an schädlichen Stoffen untersucht. Die dunkle Färbung zum Beispiel lässt auf schwefelhaltige Gase schließen. In der Kohlenstoffbiologischen Forschungsstation in Essen wird ein transportables Gerät entwickelt, um Schwefeldioxid überall im Ruhrgebiet messen zu können. Die Firmen haben aber dann gesagt, du kannst messen, so viel du willst, wen stört das, wer sagt, dass das eine Wirkung hat. Dass Schwefeldioxid schädlich ist, soll in einer Klimakammer bewiesen werden. Einige Pflanzen werden damit begast, andere nicht. Der Unterschied ist deutlich. Doch beweist das, dass es in den Gärten auch so ist? Die Wissenschaftler machen einen Freilandversuch in der Nähe einer Eisenrüsterei. Dort stellen sie Pflanzen auf, in unterschiedlichen Abständen, und beobachten, ob und wann sie krank werden. Herr van Hout dokumentiert die Schäden akribisch mit einer Plattenkamera. Die Versuche bringen endlich Klarheit. Schwefeldioxid schadet dem Pflanzen, schon in sehr geringer Konzentration. In einem sogenannten Schadatlas kann man das nachlesen. Doch der wird erst acht Jahre später veröffentlicht. Der Schadatlas, der wurde erst mal irgendwo, er wurde nicht veröffentlicht. Ich weiß es nicht, aus welchem Grund. Die Zeit war nicht reif. Ich glaube, dass es zu gefährlich war. Es sind die Wirtschaftswunderjahre. Und Deutschland braucht immer mehr Kohle und Stahl, Kupfer und Zink, Cadmium, Blei und Nickel. Werke werden erweitert oder technisch erneuert. Auch die Phoenix Rheinrohr in Duisburg hat neu gebaut. Zwei Jahre nach den ersten Protesten der Duisburger Bürger. Unser neues Blasstahlwerk ist mit allen Mitteln der neuzeitlichen Technik ausgerüstet worden. Nach nur zweijähriger Bauzeit haben wir hier im Juni 1959 den Betrieb aufgenommen. Der Neubau war notwendig geworden, da es schon lange nicht mehr unseren Ansprüchen genügte. Stolz werden die größten bodenblasenden Konverte der Welt vorgestellt. Ein technologischer Fortschritt. Die Arbeit wird leichter. Doch eine Entstaubungsanlage gibt es immer noch nicht. Und Fachleute behaupten, das sei technisch auch nicht machbar. Man hat ja da diese Giftwolken, die hat man ja eingeahmt. Wenn wir so am Fenster standen, meine Frau und ich, dann sagte die schon wieder, jetzt guck dir den direkt an, der da wieder hier rüberkommt. Zur damaligen Zeit, da gab es dann mal einen Schlager. Ich kann mich an den Text nicht mehr genau erinnern, aber der Refrain, der begann, ich schaue den weißen Wolken nach und fange an zu träumen. Dann habe ich den immer gesungen, ich schaue den braunen Wolken nach und fange an zu weinen. Der 27-jährige Hermann merkt, dass die Luft noch dreckiger geworden ist. Im Juli 1959 rufen die Bürgervereine erneut zu einer Protestversammlung auf. Die Duisburger Bürgervereine haben damals 10.000 Flugblätter verteilt, 250 Plakate gedruckt, und geklebt, um zu dieser Protestversammlung im Bahnhofshotel aufzufordern. Annähernd 1.000 Duisburgerinnen sind diesem Aufruf damals gefolgt. Im Bahnhofshotel geht es turbulent zu, schreiben die Zeitungen. Der Direktor der Phönix wehrt sich gegen die Vorwürfe der Bürger. Man habe schon viel Geld in die Forschung investiert. Es wird laut gestritten. Die Leute fordern, dass die alte Gewerbeordnung mit der Ortsüblichkeit endlich geändert wird. Da hat sich der Bürgerverein damals so richtig stark gemacht. Da hat er Eingaben gemacht an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf, an den Landtagspräsidenten. Und da und da hat sich nichts. Und dann sind die nachher übergegangen, dazu übergegangen und haben Bonn eingeschaltet. Haben sie eine Petition an den Bundestagspräsidenten eingereicht. Und da wurden die dann hellhörig. Im Dezember 59 beschließen die Parlamentarier die Änderung der Gewerbeordnung. Ab jetzt müssen die Menschen im Ruhrgebiet den Dreck nicht mehr länger als ortsüblich hinnehmen. Die Industrie wird verpflichtet, alles zu tun, was wirtschaftlich zumutbar ist, um Luftverunreinigungen zu verhindern. Und die Genehmigung neuer Industrieanlagen kann jetzt vom Einbau wirksamer Filter abhängig gemacht werden. Ein Anfang ist geschafft. Und wenn hier wieder einmal im Garten die Pflanzen absterben, weiß man sich zu helfen. Da waren Leute, die in dem Werk gearbeitet haben. Die Kunden genau sagen, in der Nacht ist das da und da ausgetreten. Und dann konnte man denen das beweisen, dass die die Umwelt so verschmutzt haben. Da kriegten wir eine Entschädigung von 100 bis 150 Euro für das verdorbene Gemüse. Und damals war das ja auch schon viel Geld. Man war damit zufrieden praktisch. Zufrieden mit dem, was ist. Die Menschen hier sind bodenständig und wissen, das Leben zu genießen. Und wenn Auswärtige die Nase rümpfen und fragen, wie man diesen Gestank aushalten kann, dann ist man um Antwort nicht verlegen. Mich hat das gerochen nach Heimat. Wenn wir zum Beispiel nach Süddeutschland in Urlaub gefahren sind und kamen dann mit dem Zug so ungefähr in die Leverkusener Gegend, haben wir gesagt, jetzt sind wir bald zu Hause. Doch was zu viel ist, ist zu viel. In Oberhausen sterben immer häufiger Menschen an Lungenkrebs. Im Gesundheitsamt wird untersucht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Luftverunreinigung und dem Krebs. 1961 liegen die Ergebnisse vor und landen im Wahlkampf. Erschreckende Untersuchungsergebnisse zeigen, dass im Zusammenhang mit der Verschmutzung von Luft und Wasser eine Zunahme von Leukämie, Krebs, Lackitis, Blutbildveränderungen sogar schon bei Kindern festzustellen sind. SPD-Wahlkampf 1961. Willy Brandt verkündet in Bonn die Parole, die sich in das Gedächtnis der Nation einprägen wird. Verehrte Anwesen und besonders Freunde aus dem Revier, der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Das war ja etwas, was dem Ganzen jetzt ein Label gab. Dieser ganzen Politik um Luftverunreinigung, die hatte plötzlich ein Markenzeichen, einen Sticker, den man sich anstecken konnte. Und das war der blaue Himmel über der Ruhr. Und von da an gab es eigentlich keine politische Ruhe mehr in der ganzen Angelegenheit. Auf der Titelseite des Spiegel prangt in großen Lettern der blaue Himmel über dem Ruhrgebiet. Nun bewegt das Thema immer mehr Menschen. Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen berichten über Umweltsünder. Aber auch über die ersten Erfolge im Kampf gegen die Luftverschmutzung. Etliche Stahlwerke haben ihre Anlagen umgestellt. Einen der modernsten Filter fanden wir im Mannesmann Stahlwerk in Duisburg-Huckingen. Kaum ein Wölkchen kräuselt aus dem Kamin. Schaltet man für einen Augenblick nur den Filter aus, dann sieht es so aus. Die anderen vier Konverter auch zu entstauben, würde weitere 16 Millionen Mark kosten. Mitte der 60er Jahre, da wurden die Konverter ja entstaubt. Da kamen ja die Filter. Da wurde es schon besser. Aber so richtig blau. Das Himmelsblau lässt auf sich warten. Manch eingebauter Filter wird nachts abgestellt. Das spart Kosten. Und die Hausfrauen ärgern sich. Wenn ein Besuch kam, dann musste man morgens um 5 Uhr aufs Fenster steigen. Weil die Fenster, da konnte man nicht mehr durchgucken. Die waren ganz milchig. Milchig und staubig und dreckig. Sonst musste man sich ja schämen. Die Sorgen der Menschen kennt auch Dr. Schmeck aus Essendellwig. In seiner Praxis klärt er seine kleinen und großen Patienten auf. Er wird zu einem der wichtigsten Streiter für saubere Luft im Ruhrgebiet. Diese Katarre haben leider zugenommen und wir wissen nicht wahr, wie unangenehm das für die Kinder ist. Unser Nachbarwerk schüttet stündlich 200 Zentner rotbraunen Staub in die Luft und bläst 500.000 Kubikmeter Abgase ab. Was das bedeutet, kann nur der ermessen, der sich an Ortenstelle von den Dingen überzeugt hat. Die Verschmutzung der Luft im Ruhrgebiet hat die Grenzen des Zumutbaren weit überschritten. Und es treten ernstliche gesundheitliche Schäden jetzt in den Vordergrund. Ach, das war so ein richtiger Ruhrgebietstyp, so ein Bullerkopf sagen wir hier. Aber da hatte er sein Pendant in Dr. Roskoten. Beide haben also immer auf den Putz gehauen und haben sich auch nicht gescheut, ziemlich harte Worte zu gebrauchen. Beispielsweise war da ständig die Rede von den Verbrechern in Nadelstreifen, die uns vergasen und so haben die gepoltert. Aber sie haben ja damit dann letztlich auch den Erfolg gehabt. Der WDR-Reporter Werner Alberts geht immer wieder zu den Versammlungen des Bürger- und Verkehrsvereins in Essendellwig. Hier trifft sich Dr. Schmeck mit denen, die den Dreck nicht länger schlucken wollen. Es gibt doch bei uns keine Möglichkeit mehr, die Wäsche nach draußen zu hängen. Die Wäsche wird zerfressen von den Gasen und Dioxiden, die da rauskommen. Auch unsere Obstbäumen leiden derartig, dass wir überhaupt von einer Obsternte nichts mehr haben. Sie wissen, dass die Dunstglocke, die uns hier belastet, zwei Drittel der Sonneneinstrahlung unterbindet und uns auf die Dauer krank macht und wir auf die Dauer ersticken. Im Januar 1962 gründen Dr. Schmeck und 118 Delbiger Bürger die Interessengemeinschaft gegen Luftverschmutzungsschäden. Die erste Bürgerinitiative. Der ganze Saal, pique, packe voll und jeder rauchte. Es war eine Luft, also wie sie draußen nicht schlimmer sein konnte. Und da sind dann aber auch die Forderungen aufgestellt worden. Und Konrad Grundmann, das weiß ich, hat das mitgenommen nach Düsseldorf und hat das im Kabinett erzählt. Und von da an galt diese Interessengemeinschaft als eine mächtige Organisation. Konrad Grundmann von der CDU ist Arbeits- und Sozialminister in Düsseldorf. Er lässt sich immer wieder durch Essen-Delwig führen und sieht den Dreck mit eigenen Augen. Sein Ministerium arbeitet an einem Luftreinhaltegesetz für Nordrhein-Westfalen. Im April 1962 ist es dann soweit. Der Düsseldorfer Landtag verabschiedet einstimmig das erste Landes-Emissionsschutzgesetz der Bundesrepublik. Wir haben jetzt ein Landesgesetz erlassen, das die kleinen und mittelverschmutzer in die allgemeine Gesetzgebung einbezieht. Sie werden gezwungen, Filteranlagen einzubauen. Dabei werden wir die Frage zu klären haben, ob nur die Verschmutzer herangezogen werden, obwohl sie in erster Linie verantwortlich sind, oder ob auch die öffentliche Hand beteiligt werden soll. Ganz zweifellos hat Nordrhein-Westfalen eine Vorreiterrolle gespielt in der Luftreinhaltung für die Bundesrepublik. Das heißt, ohne jeden Zweifel. Die Beschwerden der Bürger und die Beweise der Wissenschaftler und Ärzte haben endlich etwas genutzt. Doch manchen Menschen im Ruhrgebiet geht das neue Emissionsschutzgesetz nicht weit genug. Dr. Schmeck von der Essener Bürgerinitiative kritisiert. Eine Lücke ist das, die sogenannte Kautschukbestimmung, wonach die Betriebe nur dann gezwungen werden können, Filter einzubauen, wenn sie das wirtschaftlich verkraften können. Hinter dieser Tatsache wird sich die Industrie lange, lange Zeit drücken wollen und möglichst dadurch den Termin hinausschieben. Im Dezember 1962 merken alle, dass man wirklich handeln muss. Das ganze Ruhrgebiet liegt unter einer dicken Smogdecke. Das Fernsehen ist vor Ort. Und nun stehe ich hier mitten in Gelsenkirchen in einer Geschäftsstraße, mitten im Smog. Nun schauen Sie sich bitte einmal diese Stadt an, sofern man überhaupt noch etwas sehen kann. Der Himmel ist völlig verfinstert, überall verdreckte, verruste Autos. Und in dem Augenblick, wo ich hier spreche, muss ich auch sagen, ich bekomme bereits einen Hustenreiz. Nun werde ich versuchen, einmal die Menschen um mich herum zu fragen, ob sie etwas gespürt haben in den letzten Tagen. Ja, ich muss sagen, also wenn ich so ausspucke, dann ist es richtig, als wenn ich in der Grube gewesen wäre. Mein Mann hat früher erzählt, der Kohlenstaub, der setzt sich so auf die Brust, aber jetzt setzt sich der Brust hier übertage schon auf die Brust. Also ich muss hinterher sprechen, dann kommt der Kratzer schon. Wir bekommen keine Luft hier, soll endlich mal was gegen getan werden. Menschen mit Herzkrankheit, mit Lungenproblemen, die blieben dann grundsätzlich zu Hause. Das wurde dann auch so verbreitet. Und selbst gesunde Leute hatten Atemprobleme. Von blauem Himmel keine Spur. Nun sagt das Land NRW dem Dreck den Kampf an und wirbt für seine Politik mit Hilfe eines Inspektors. Ja, ja, wer denkt da nicht gleich an den Teufel? Gestatten? Ringelmann. Inspektor Ringelmann. Ich bin jemand, den es gar nicht gibt. Jedenfalls nicht in Deutschland. Sozusagen eine erfundene Gestalt aus England importiert. Dort hat der Professor Ringelmann die nach ihm benannte Ringelmann-Karte erfunden, die jetzt auch in Nordrhein-Westfalen eingeführt wird. An der Schwärzungsskala kann man kontrollieren, ob ein Rauch sich in den erlaubten Grenzen hält. Das war in der Tat eine Methode, die auch sehr anfällig war. Der Effekt war nicht sehr groß. Aber es war ein Versuch, diese schwarzen Rauchfahnen im Ruhrgebiet ein bisschen unter Kontrolle zu bringen. Viel gebracht hat es mit Sicherheit nichts. Eine Landesanstalt wird gegründet. Für Emissions- und Bodennutzungsschutz. Sie nimmt im Dezember 1963 in Essen ihre Arbeit auf. Ihre Aufgabe, Forschungen und Messungen durchzuführen, frei von den Interessen der Industrie. Über ganz NRW verteilt, wird an 2700 Messpunkten Staub gesammelt, die Schadstoffe analysiert. Man braucht endlich objektive Daten, um handeln zu können. Doch das ist nur der Anfang. Inspektor Ringelmann klärt auf. In Nordrhein-Westfalen, wo die Menschen durch Bevölkerungs- und Industrieballung am meisten betroffen sind, hat die Landesregierung Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung eingeleitet. Sie schreibt vor, bis zum 31. Dezember 1967 muss der braune Rauch verschwinden, dürfen Stäube und Abgase der Zementindustrie die Umgebung nicht mehr belästigen. Auch der Rauch aus den Kraftwerken wird auf ein Minimum eingeschränkt. Die Menschen im Ruhrgebiet wollen nur frei atmen können. Sie haben nichts gegen Fabriken, Stahlwerke und Zechen. Sie arbeiten darin. Und sie fühlen sich hier zu Hause. Hier, wo der Stahlabstich den nächtlichen Himmel färbt. Ich bin auch sehr gerne früher immer, in den 60er und 70er Jahren sogar noch, abends einfach mal losgefahren mit dem Auto und habe mir diese Glut angeguckt, in Dortmund bei Hösch oder Duisburg bei Thyssen, wenn dann der Nachthimmel rot wurde. Der glutrote nächtliche Himmel wird seltener. In den nächsten 20 Jahren verringert sich der Staubausstoß um mehr als zwei Drittel. Aufgrund neuer Gesetze und Anordnungen. Ein Erfolg auch der Landesanstalt für Emissions- und Bodennutzungsschutz. Das war ein Stolperstein für jeden Sprecher im Radio. Und wir haben überlegt, wie können wir das vielleicht vereinfachen. Und ich meine, damals gab es das Wort Umwelt noch gar nicht. Und wir haben dann überlegt, können wir sagen Landesanstalt für Umweltschutz. Man kannte Naturschutz, man kannte Landschaftsschutz. Aber dieses Wort Umweltschutz, meine ich, hätten wir hier erfunden. 1973 erregt Smog die Gemüter. Ein dramatischer Spielfilm aus dem Ruhrgebiet. Viele Zuschauer halten das Gezeigte für wahr. Ein Krankenwagen! Herr Professor Steinbrück, offenbar der erste Smog tote, nicht wahr? Das ist noch nicht erwiesen. Gefahr aus der Luft. Stickoxid, Schwefeldioxid. Wieso werden diese Gifte nach wie vor ungefiltert in den Himmel geblasen? Politik und Wirtschaft streiten. Die technischen Probleme der Rauchgasentschwefelung seien noch nicht gelöst. Die Kosten viel zu hoch. Der Industriestandort Deutschlands sei in Gefahr. Die Landesregierung in Düsseldorf sieht nur einen Ausweg. Den Bau noch höhere Schornsteine. Die Wirtschaft hat das auch akzeptiert. Es sind dann in großem Maße, ohne dass es da eine Verordnung gab oder Anordnung gab, in großem Maße hohe Schornsteine gebaut worden. Die Kupferhütte, die hat einen Schornstein gebaut von über 200 Metern. Da ist zwar nicht mehr so viel in Hochfeld runtergekommen, aber es wurde besser verteilt. Aber immer standen wir unter dem Angriff der Bürgerinitiativen. Wir würden mit diesen hohen Schornsteinen wie mit Langrohrgeschützen die Emissionen in entferntere Gebiete hineintragen und damit die Waldschäden verursachen, den sauren Regen verstärken. Ja, dann fingen plötzlich in Schweden, in Lappland, die Seen an umzukippen. Weil das, was wir über diese riesen Schornsteine an Entlastung geschaffen haben, das hat sich dann ein paar hundert Kilometer nördlich niedergeschlagen im ewigen Eis oder im winterlichen Eis und hat dann zu erheblichen Problemen geführt. Anfang der 80er Jahre warnen die Förster, saurer Regen schädigt den Wald. Von Waldsterben ist die Rede. Das gab es schon einmal. 1927 demonstrierte der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, wie es um den Wald bestellt war. 30 Jahre alte, verkrüppelte Ruhrgebietskiefern, eingezeichnet in ein Foto ebenso alter, gesunder Kiefern. Die Montage zeigt deutlich, wie sehr der saure Regen die Bäume geschädigt hat. Damals tat sich nichts. Doch jetzt, Anfang der 80er Jahre, steigt der internationale Druck. Rauchgasentschwefelung muss gesetzlich vorgeschrieben werden. Das ist schlicht und ergreifend das Problem, dass es für die Industrie nicht lohnend war. Und dass man erst 83 im Grunde genommen wirklich mit dem sogenannten sauren Regen nachweisen konnte, dass die Schäden hier bei uns im Land überall zu sehen waren. Das war der entscheidende Punkt. Und wir hatten bis dahin dann ja eine, na, wenn wir mal von Mitte der 50er Jahre anfangen, doch fast 30-jährige Diskussion über solche Fragen der Luftverunreinigung. Und mittlerweile war es auch ein internationales Problem. Nun werden Gesetze verabschiedet, die die Industrie zwingen, die Emissionen innerhalb der Werke aufzufangen. Endlich sinken auch die Schwefeldioxidwerte. Der Himmel hält sich auf. Aber nicht nur wegen der Gesetze, sondern auch, weil das Ruhrgebiet in der Krise ist und viele Betriebe schließen. Die Arbeiter gehen auf die Straße. Mir hat es jedes Mal leid getan, wenn wir wieder berichten mussten, hier wird eine Zeche stillgelegt und dort wird ein Hüttenwerk stillgelegt, Reihenhausen beispielsweise, die großen Demonstrationen. Das war schon schlimm für die Wirtschaftskraft des Ruhrgebiets. Konverter werden nicht mehr repariert, sondern verschrottet. Letzte Schicht, 9.7.1992. Erinnerung an die eigene Arbeitswelt, ausgestellt im Industriemuseum. Die saubere Luft wissen die Menschen trotzdem zu schätzen. Da ist man natürlich froh, wenn man so ein Obst ernten kann und das Gemüse aus dem Garten essen kann, sich hier aufhalten kann. Man kann hier in der Sonne liegen. Also man braucht gar nicht mehr in den Urlaub fahren. Man hat hier so viel Sonnenschein und Erholung. Es ist richtig schön. Bis dahin war es ein langer Weg, der in den 50er Jahren begann. Als Bürgervereine, Ärzte und Wissenschaftler sich erstmals für saubere Luft engagierten. Die Bevölkerung wirkte mit und achtete darauf, kriegte ein Umweltbewusstsein, klagte an, wenn was nicht stimmte. Es ging einfach fürs Ruhrgebiet, brach eine neue Zeit an. Auf ehemaligen Halden stehen heute Skulpturen. Auf anderen kann man Ski fahren oder klettern. Die Menschen hier haben dafür gesorgt, dass die Zeugnisse ihrer Arbeit, ihrer Industrie bewahrt werden. Und seit wann ist der Himmel nun wirklich wieder blau? Da gibt es die unterschiedlichsten Erinnerungen. Das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Da muss es in den 80er Jahren gewesen sein, dass es sich da sehr gebessert hat. Puh, wann war der Himmel blau? In den 70er Jahren, dass man mal sagen konnte, so, wir kamen wieder Sommer. Das war vor 15 Jahren, dass ich die Bläue hier im Ruhrgebiet, die Himmelsbläue, auch wirklich als blau empfunden habe. Bis zum nächsten Mal. Von der HimmelWANían. Das war er.